Ich bin in mir und warm. Ich wählte die kostengünstigere Variante. Tödliche Schmiere. Na dann guck. Ja. Ist schon. Achso. Howdy und willkommen wieder zu einer Folge Porto. Ich weiß gar nicht wieviel es jetzt ist. Es ist ein paar. Ein paar. Fängt schon wieder gut an. Nein. Der im Glitch ist. Musst du da Deins hinsetzen? Jetzt sitzt du dort irgendwo hin. Ah. Nee. Jump mal da runter. Jump mal da runter. Jump mal in das Loch. Das funktioniert nicht. Stehst in dem Loch drin. Er steht in dem Loch. Du auch. Wegen dem Ding da. Kann ich hier nicht irgendwie selber boosten? Doch kann man. Echt? Geht das? Ja du hast dich grad voll geboostet. Das geht nicht. Doch. Hi. Moment. Wo setzt man denn jetzt das andere hin? Hm. Ja warte mal. Was ist denn da hinten in dem Raum? Wer kommen wir her? Wo sind wir da oben? Ja. Da oben. Da oben. Also müssen wir hier hoch fliegen. Also setzt du der gelbe Portal da hin. Ja aber das hatten wir ja gerade eben schon. Wow. Ja. Warte mal. Da oben rein springen. Genau. Bringst du da rein? Bring uns. Ah. Ah. Nur kann ich es nicht weiter runter schießen. Kannst du das nicht weiter runter schießen? Nö. Ja. Wow. Das kannst du hier halt machen. Wow. Bist du der Unterfallschutz? Schau. Kannst du nicht mehr runter. Oh. Und irgendeinen Plan? Hm. Loll. Bist du höher geflogen? Bin ich grad ziemlich weit. Ja. Ich hätte jetzt gerade da drauf landen können. Okay warte mal. Das machen wir jetzt nochmal. Okay. Wie hast du das gemacht? Ja du musst mir hinterher springen. Okay. Ich bin hier hinterher. Jetzt musst du springen. Jawohl. Das geht halt echt so. Warte jetzt komm ich da durch. Ja wie willst du jetzt hier hochkommen? Nee kann ich nicht. Scheiße. Äh du gehst jetzt runter. Wie komm ich jetzt da hoch? Hallo. Ah ne du kannst ja nicht hier hoch. Ja ich kann ja nicht hoch. Ähm. Du musstest gleich nochmal dort setzen. Ah ne ich kann mich ja nicht so weit hochpusten. Warte mal. Äh. Hi. Warte mal mal mal. Lol. Das hat nicht funktioniert. Ey wo bin ich denn jetzt? Ja du bist jetzt da unten. Hallo. Wo ist denn? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hä wo ist denn das? Du bist jetzt wieder am Anfang? Ja 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 ja. Ah yes. Und jetzt sprichst du da rechts oder so. Oh hallo. 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 Da braucht man doch niemals den Sprung. Den schafft man. Nein. Ich hätte ihn geschafft. Das schafft man schon. Aber was sollte es uns bringen. Da kommen wir nur wieder zurück zum Start. Oh Leute. Jetzt kommst du da oben rein. Ey komm ich nach hinten. Ey. Äh. Äh. Okay. Mein Portal. Ich muss zuerst gehen. Ich muss zuerst gehen. Ja. Äh. Okay. Du musst da rein springen. Du musst da rein springen. Wo rein springen? Du musst da ein Portal setzen und dann von da oben da rein springen. Ja. Was bringt uns das? Ey. Das ist ja Humbug. Das ist ein Humbug. Für irgendwas muss das ja da vorne auch sein. Mhm. Mhm. Boah. Diese Konzentration um zwei in der Früh. Ja. Oder bei dir acht Uhr in der Früh ohne Schlaf dazwischen. Ja. Äh. Alles nur für euch zuschauen. Ja. Da kommt sowieso keins. Scheiße. Jetzt bin ich gestorben. Haha. Du hast nur die schlechteste Methoden. Ja. Dann guckt sie sowieso keine Ahnung. Erstmal umbringen. Äh. Aber jetzt kommst du ja wieder nicht hoch. Na. Ja. Das bringt mir eh nichts. Das ist alles. Hier oder? Was zum? Henker. Siehst du das da auch? Was denn? Das da? Das Helle? Was Helles? Ja. Das Helle da. Das. Wo normalerweise der Laser rauskommt. Siehst du das da auch? Hä? Da kommt kein Laser raus. Siehst du das bei mir? Doch. Guck mal bei mir. Nein. Nein. Das hört nicht. Keine durch. Hahaha. Äh. 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 Issa. Wow. Ja. Das ist super geil. Es ist. Die Konservation. Geil. Also den Sprung schafft man. Dann sind wir da. Ja, aber dann sind wir da und was bringt uns das da hin? Da zu sein. Ja. Ähm. Ähm. Wir müssen irgendwie... Ne. Doch. Äh. Wie hab ich das gerade gemacht? Endpunkt schafft man nicht. Hahaha. Warte mal. Ne. Jetzt schafft man nicht den Sprung. Ja und jetzt? Balsch wieder ins Wasser. Äh. Da, 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 wieder, wieder, wieder. Ja, du kannst ja, du schießt doch jetzt hier drauf. Hier bist du gerade hingesprungen und hast es nicht geschafft. Ähm. Ja, wo wolltest du jetzt hinschießen? Jetzt schießt du einfach dahin, gehst wieder durch mein blaues Portal durch. Und machst das, was du machen wolltest. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ah, ne, 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 ne. Genau. Jetzt geh ich durch mein rotes. Ah. Wird mir dann überhaupt nichts bringen, sehe ich gerade. Ne, jetzt hab ich das falsche weggemacht. Das funktioniert nicht. Das... Kannst du das blau weiter... äh, das Niederleiter weiter links in die Mitte setzen? Genau. Ja, jetzt kommst du, ja toll. Jetzt kommst du dahin, wo du somit dem Portal auch hingekommen wärst. Jetzt rennst du nämlich da durch und dann bist du da, wo du das andere Portal hättest gesetzt. Hättest... gesetzt. Haha. Hätt gesetzt. Äh, ja, warte mal. Ja, du Schlockhoff, das ist gerade eben gemacht. Haha. Äh. Äh. Dann fall ich einfach runter. Hä, das ist verdammt schwer. Das ist... das geht nicht. Wo ist denn nochmal unser Ziel? Wo ist denn jetzt unser Ziel? Irgendwas macht ihr auch noch, Lisa? Ja, der ganz da oben ist unser Ziel. Warte mal. Das Ding schießt. Es schießt. Es schießt. Warte. Warte, warte, warte. Warte. Ich hab nen Plan. Ich hab nen Plan. Nix, nix mit den Strichen. Ja, toll. ich muss die ersten setzen jetzt jetzt müsstest du eigentlich das gelbe portal da unten an dem schießer schießen an dem dann dann würdest du da hoch fliegen wir brauchen zwei personen dafür ich muss hier drauf stehen und den bis machen bis da oben kann ich aber nicht geht nicht ne warte mal ich mach das jetzt so und du bringst mich auf den strich also auf den streifen bitte jetzt so du musst jetzt noch mal sterben leider oder noch mal zurückkommen irgendwie dann kannst du die striche weg die bräuer nicht mehr schießt dann da hoch schießt mit meinem portal da hoch und schießt da mit deinem portalen weil du musst das übelst schnell setzen das kann dir grad nicht folgen so ganz ne das bringt ja auch nix es ist bestimmt voll einfach wir sind einfach nur blöd na geht nicht auf jeden fall musst du dich mit dem ding schießen dann schießt du dich da rüber warte mal ne das geht nicht doch das geht das geht wie ist das muss gehen ok ich muss da super geh mal durch mein rotes portal ein boah das wird never funktionieren alter so jetzt gehst du da durch stellst dich über das loch scheiß jetzt schießt das loch man ne ich muss das loch schießen debi das funktioniert nicht dafür war ich zu langsam nee ich weiß es du stehst noch da oben oder ja ich steh noch da oben da oben ist kein ich weiß es ja dein gelber muss hier sein dann kann kann man sich mit dem roten darüber schießen mit dem da das da wo muss der gelbe sein ja ja wie soll ich da da hinsetzen ja das ist geil ne du musst da du musst da halt oben gewiesen sein dann setzt du dein erstes portal dahin dann musst du da wieder runter springen warte das machen wir jetzt mal schnell setz mal dein gelbes portal dahin wohin da oben da an dieses hat an diese genau jetzt springst du da runter so ich muss jetzt gehst du mal durchs blaue durch ja denn der 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 denn jetzt kommt es darüber durchs lila durchgehen durchs lila durchs lila geht durchs lila durch und mach da das ding hin genau so jetzt schieße ich mich noch durch aaaaaaah Mensch muss da irgendwie so schlocken das ist ja fast eine Folge das habe ich nur gemacht weil es eine Folge war ich sage sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wie 14 Minuten sind vorbei es wäre dennoch aufregend gewesen wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da und kommentiert die Folge mir ist immer so stinklangweilig wenn ich auf YouTube Koko nix los ist aber ich sage bis zum nächsten Mal bis hin bis hin 7 bis hin bis hin bis hin bis hin bis hin